Jo Leute, TUM Sports. Dein Grundlagenkonzept für Freiheit, Fitness und Individualität. Ja, schaut euch mal um. Heute Morgen am Ottoberg. Wir sind in der Nähe von Weinfelden. Unglaubliche Kulisse. Dieses gefrorene Grün. Es ist unglaublich schön. Ich habe schon unzählige Fotos geschossen, Nahaufnahmen, das ich bestimmt irgendwie mal zu Sony einschicken möchte und auch zeigen möchte, dass es sich lohnt, überhaupt diese Vermarktung im Outdoor mit Handys zu publizieren. Denn man kann mittlerweile so gute Fotos machen, speziell mit Sony, da es einen externen Knopf hat, wo wir einen Button betätigen können, dass wir die Belichtung einfangen können. Also ich kann da mit diesen Handschuhen schon, gut, das sind natürlich spezielle Handschuhe, die habe ich mir selber gebastelt, mit diesen, da kann man unglaublich gute Sensionbetätigung machen. Also wie gesagt, ich wollte euch einfach mal kurz diesen Einblick geben in diese unglaubliche Kulisse. Ein bisschen blau oben, blauer Himmel. Und ja, ich habe schon ein ziemlich gutes Bandtraining gemacht, Gummibandtraining. Und ja, das ist einfach immer wieder was Neues. Und ich kann einfach nicht wieder stehen, immer wieder stehen zu bleiben und Fotos zu machen. Und natürlich Filmaufnahmen, euch zu zeigen, wie herrlich das Ganze ist. Ich schwenke jetzt nochmal die Kamera. Schaut euch mal, wie das aussieht. Schaut euch das mal an. Ja, die geflorenen Blätter. Jetzt tauen sie langsam, weil die Sonne ziemlich warm ist. Aber, ja, okay Leute, das war's. Cut.